Das Gassi-Gesetz, das ist die Mindestanforderung an Auslauf für deinen Hund. Ursprünglich stand im Entwurf des aktuellen Tierschutzgesetzes, dass ein erwachsener Hund pro Tag mindestens zweimal eine Stunde spazieren gehen muss. In der aktuellen endgültigen Version steht nun nur noch, dass ein Hund ausreichend Auslauf im Freien außerhalb des Zwingers gewährt werden muss. Was das konkret bedeutet, muss jeder Hundehalter für sich selber entscheiden. Fakt ist aber, dass dein Hund beschäftigt werden möchte und dazu gehören natürlich auch ausgiebige Spaziergänge. Beschäftigung sowie geistige Auslastung sind ebenso wichtig. Je nach Rasse und Alter haben Hunde auch spezielle Anforderungen. Ein alter und kranker Hund ist vielleicht glücklicher, wenn er langsam und bequem in seinem Tempo die Welt wahrnehmen darf. Oder vielleicht zieht er ruhige Stunden im Garten vor. Einige Hunde mögen auch bei schlechtem Wetter nicht vor die Tür und werden an solchen Tagen lieber mit Suchspielen zu Hause ausgelastet. Du kennst deinen Hund am besten und solltest nach seinen Bedürfnissen entscheiden, wie viel Gassi gehen angemessen ist. So und jetzt du, wie sieht das denn bei dir aus? Schreib es doch mal in die Kommentare.